Die Koalitionsstreitkräfte stehen unmittelbar davor, einen wichtigen Hafen einzunehmen. Das Hauptkortier hat sie ausgewählt, um die Gegend zu erkunden und alle verbleibenden Feindeinheiten zu beseitigen. Wenn jemand das Feuer eröffnet, erwidern sie es. Achten Sie auf die Terroristeneinheiten. Wenn einer feuert, feuern Sie zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben auch Fahrzeuge. Kümmern Sie sich zunächst um die. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020